Jede Arbeit, die von einer Maschine gemacht werden kann, ist menschenunwürdig. Brauchen wir eigentlich auch Arbeit in irgendeiner Form, weil sie uns Identität gibt, weil sie uns Ausdruck gibt? Flexität bedeutet mehr Vielfalt, mehr verschiedenste Nischen, mehr Möglichkeiten, sich in unterschiedlichen Dingen selbst auszudrücken. Den Job, den ich heute mache, der wäre vor 20 Jahren nicht denkbar gewesen, weil man noch nicht in dieser Vielfalt gedacht hätte. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.